Wo ich dich beinahe abgeknallt... Ajo! War das die? Ich glaub das ist die Stadt. Da hätt immer... Doch, da hätt ich dich fast abgeknallt. Oh, hier sind viele Zombi... Hier sind im übrigen mehrere Zombies, ne? Ah. Schön für die Zombies. Ähm, die Kirche? Da müsste... Krankenhaus hier hinten irgendwo ist, ne? Oh, die Kirche ist ja ab. Ja genau, geh mal zu dem. Der ist viel hübscher als ich. Och, jetzt kommst du aus aller Ecke. Woah, fuck, hast du mich erschreckt? Mach doch sowas nicht. Oh, keiner hinter mir! Ja, uah! Oh, die kriegt's jetzt... Die Zombie-Dance. Ja, jetzt schieß ich nimmer. Geh in die Kirche, da greift ich mich keiner an. Sicher? Sehr sicher. Heiliger Ort oder was? Kommt da eigentlich Zombies rein? Kommt da überall rein. Was ist das? Achso, die Bibel. Soll ich dir mitnehmen? Für? Ahnung. So, jetzt seh ich wieder was. Banane. Banane. So, die Kirche ist... Da. Da. Da ist die Kirche. Guck da, doch hier. Guck hier. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Entweder da unten sein. Oder hier oben. Wie kam hier von da? Ich denk mal da unten. Ich hör rein. Ich hör rein, ein Zombie. Ich seh ihn sogar. Nein, 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 nein. Der muss hier in der Nähe sein. Nicht der da unten. Ja. Obwohl der jetzt auch herkommt. Da stehen zwei und ich seh einen Brunnen. Oh, Brunnen ist immer gut. Knallst ihn ab? Oh, ich wollt schon sagen, knall ihn doch ab. Mach doch. Wie weit soll er noch zu dir herrennen? Oh, Brunnen ist immer gut. Wollten Hallo sagen. Ups. Hast du noch genug Munition? Ich muss nämlich nochmal nachladen. Warte, ich nehm die M4. Ja, genau, nehm mal. Guck mal, das ist doch irgendein großes Gebäude. Das sieht doch fast nach einem Krankenhaus aus. Genau, das mein ich. Wer dann ladt nach. Okay. Worun? Hey, ich kann jetzt falsch liegen, aber ist das nicht die Stelle, wo dein... Du hast mir doch mal von einem Let's Player so ein... Ja. Geschickt, ne? Ach, guck mal da. Besuch. Wieso hat der mich jetzt bitteschön erwischt? Das ist doch verarsche pur. Ne, ich blieb nicht. Ah, ich muss noch nachladen. Nein. Füll dann grad mal noch die Flaschen auf. Ach, das sollst du doch nicht trinken. Ja. Och, trink doch nicht. Da steht ein Zombie um die Kurve. Der hat das gar nicht mitgekriegt, dass wir geschossen haben. Ja. Pech für den Zombie. Okay. Hm? Was siehst du? Pech für den Zombie. Oh, ne. Okay. Füll mal die Flasche auf. Warte schießen, noch nicht tot. Ne, mach ich mal. Ne, der Ruf. Ne, du sollst das Ding auffüllen. So. Wunderbar. Das da vorne ist doch das Krankenhaus, ne? Ja. Aber das große Gebäude gemacht werden. Das... Oder Zombie stirbt. Dann müssen wir den Zombie ja doch killen. Oh, okay. So schnell geht es. Oh, das sind Garagen. Rucksack. Ein kleiner. Nein, nein. Ah, hab kein Platz mehr. Oh, das ist doch gemein. Wieso kommt der jetzt zu uns? Äh, zu mir. Ah, ne. Kommt nicht zu mir. Genau, okay. Zu ihm. Fress ihn. Boah. Wieso hat er mich getroffen? T-Shirts solltest du in Bandagen machen, wenn du schon findest, gell? Hm? Jetzt, wenn du die findest, mach die kleinen Bandagen. Ach, siehst du mal, da hab ich gar nicht dran gedacht. Weil ich habe jetzt das Medi-Pack gefunden mit den, äh, 200er Bandagen. Da hab ich da eben gar nicht mehr dran gedacht. Ja, nix. Oh, doch, hier oben. Spotter 22 liegt hier. Was? Ne Spotter 22. Da. Wo liegt die? Da, auf dem Boden. An der Tür. Auch ne neue Waffe, da. Ja. Ja, ja. Das wird bestimmt interessant. Ich denke mal, die patchen das auch, dass die Zombies irgendwann komplett in den Häusern auch mit drin stehen, ne? Ich hatte gerade vorhin einen, der stand hier mittendrin. Ja, ja, ich sag's ja auch, genauso wie der eine, wo eben, äh, die, 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 die Stufen hochgegangen ist. Ich hab'n Zombie gehört? Nimm mich die Axt. Ich glaub'n, wir sollten aber nicht in einem Raum dann drin sein. Naja. Sonst killen wir uns wieder gegenseitig. Von Flex, den müsst ihr mal mitnehmen. Hast du noch Platz? Ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n Platz. Okay. Ich muss mich gerade um unseren kleinen Freund hier kümmern. Doink! Ich sag' das zu beherzigern. Ah, doch, ich hab' Platz. Ach, das braucht vier Dinger, ne? Von Flex, ja. Äh, je. So, jetzt bin ich aber Fuhl. Jetzt kann ich nix mehr nehmen. Okay. Dann nehm die Waffe in die Hand. Rüben ist ne Fabrik. Bist du schon ganz oben, oder was? Ne, ich bin im ersten Stock. Okay. Also, ich geh' jetzt mal ganz hoch. Oh, ne neue Jacke. Oh, die ist kaputt. Die ist auch. Ne, die ist nicht hübsch. Nein. Hm. Hä? Hier hast du einfach keine gute Ausbeute heute. Also, heute ist echt mies, muss ich sagen. Bin ich Besseres gewöhnt? Ja, auf jeden. Weit weg. Aber ich probier's mal. Da ist ein Zombie. Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. Hast du'n erwischt? Ne, ich hab' an die Wand geschossen. Uiuiuiui. Ich weiß nicht, auf was für'n Zombie du zielst, ne? Jetzt hab' ich'n. Ah, die M4, die... Ja, für weite... Für weite Strecken ist die nicht geeignet, definitiv nicht. Ne, überhaupt nicht. Den Kill von mir hättest du eben sehen sollen. Das war'n schöner. Der war richtig schön. Oh, ich bin... Oh, ich bin voll die Scharfschützen-Bestie. Ich bin ein wildes Tier. Oh, guck mal, da unten sind noch ganz viele Zombies. Yippie, ich freu' mich. Wo denn? Ah, verdammt. Ich muss nachladen. Ja. Da unten am Hafen entlang. Reaktion, wait off no problem. Das macht Spaß. Das mach' ich gern, muss ich sagen. Solang's nicht an mich rankommt, erschieß' ich die Dinger gern. Geh' die nicht mal. Die sind da unten irgendwo... Ich seh's auch nimmer. Ach, guck mal, da... Da vorne steht einer auf dem Feld. Siehst du den? Ja. Den hast du mal gesehen. Sauber. Da unten sind noch Garagen. Ja. Ach, guck mal, da steht noch einer auf dem Feld. Siehst du den? Ja. Jetzt nicht mehr. Da unten steht noch einer. Siehst du den? Jetzt nicht mehr. Ui, da unten steht noch einer. Siehst du den? Jetzt nicht mehr. Boah, ich fall' gleich runter. Mach' das nicht. Mach' das nicht. Siehst du den? Jetzt nicht mehr. Hey, die schreien da unten ganz schön rum, ne? Also, ich finde, du solltest mal runtergehen. Ach, verdammt. Ich schon. Tu wieder die Munition leer. Ach so, da kommt im Übrigen... Kommen mehrere Grade auf dich zu. Ja, der ist jetzt genau unter mir. Beide, alle drei. Das sind im Übrigen mehrere, ne? Ja, drei Stück. Ich geh' mal runter. Vier. Also, ich geh' nicht mehr runter. Kommst du wieder hoch? Das sind fünf. Ja, ich komm' wieder hoch. Ja, das freut mich. Jetzt bräuchte man eine Handgranate. Ah, das wär' schön. Ne, so kann ich nicht auf die ziehen. Warte, bleib oben. Ich mach' das. Genau, schau' ich sie mal die... Du läufst einfach mal die Straße vor. Ich hol' sie mir dann. Straße? Ja, wo kommst du raus? Ich weiß gar nicht, wo du rauskommst. Oh, der kommt... Die Militär-Zombies geben wieder an. Die so hochkommen. Hey, wie geht's das? Was dann? Ja, die sind im zweiten Stock, oder? Alter, mach mir keine Angst. Geh weg! Überlebst du's? Okay, ich bin jetzt... Dank! Okay, ich renn. Wo rennst du hin? Ich renn! Wo bist du? Wo bist du? Wo lang rennst du? Die hab' ich getroffen. Warte. Okay, ich seh... Oh, ich seh dich. Am Hafen. Am Hafen. Oh, scheiße. Ich geh' wieder zurück. Noch zwei, hopp! Oh, das war unfair. Oh, ich musste nachladen. Warte. Lass doch stehen! Soviel zum Thema Scharfschützen-Drohung. Äh, da kommen im Übrigen... Noch ein paar? Ja, ich hör's. Ich seh's aber nicht. Ja, ne? Mach mal ein bisschen Krach, schieß mal. Nein. Oh, wir müssen im Übrigen die Folge beenden, ne? Jetzt... Schöne! Komm, dann schneiden wir die eben anders da. Ja, aber das machen wir noch. Das ist lustig. Nein, wir machen's spannend. Wir hören jetzt auf. Jetzt. Genau jetzt. Genau. Also, werde ich das übernehmen oder nicht. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Und tschüss. Viel Spaß. Tschüss.